Kibetta hat drei Tombstones eingesteckt, hat ein Baseballbet zwischen die Augen gekriegt, hat eine Last Ride eingesteckt und jetzt seine aller, allerletzte Chance. Die allerletzte gegen John Cena. Die beiden, die sich auch nicht immer ganz grüne waren, dann mal eine Zeit lang doch, wer erinnert sich nicht an die, wie hießen die beiden nochmal, an den Catch-Comedy-Club, ne? An den Catch-Comedy-Club zu Beginn. Leute, es ist so viel Historie im Ring. Und wenn Cabana verliert, was er tun wird, dann muss er drei Monate lang alles für Sie im Punk machen, was er will. Mit dem rosa Tütü zum Ring kommen, ihm den Titel hinterher tragen. Natürlich auf einer, auf einer hier, auf so einem Kissen, ne? Transportiert. Cabana wird keinen Finger an diesen Titel legen. Ja, 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 ja. Und John Cena hat, ja, steht immer in einem Singlesmatch in einem Pay-Per-View, dass ich das noch erleben darf. Legt mich am Arsch, das gibt die Daumen nach unten, ey. John Cena im Singlesmatch. Ah, das bringt die Views, das bringt die Views und die Daumen nach unten. Meinst du, okay? Die Views, ja. Die Daumen unten wären echt blöd, ja. Ja, eben, also von daher, ich sage John Cena. Ja, Leute, ist ja wohl klar, Colt wird gewinnen und kriegt dann endlich sein World-Title-Match, zu dem CM Punk, der nicht mehr Nein sagen kann, weil Colt gewonnen hat. Weil er seine Aufgabe erfüllt hat. Im Leben. John Cena, nee. Let's go, Cena, let's go. Let's go, Cena, let's go. Alter. Let's go, Cena, let's go. Das kannst du doch nicht bringen, Mann. Natürlich, ich kann alles. Nee. Doch. John Cena gegen Colt Cabana, dass ich das erleben darf. Bei Night of Champions. Bei Night of Champions. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Colt Cabana auf einer Night of Champions-Karte mache. Der ist kein Champion. Doch. Rechtmäßig sogar. Ja, hab übrigens letztens gelesen, Cena, hab ich gehört, kriegt beim SummerSend die Chance, 16-facher World-Champion zu werden. Ist das so, ja? Ja, dem ist wohl so. Ich freu mich. Ich freu mich auch, muss ich SummerSend nicht gucken. Na, guck ich eh nicht. Alter, der Undertaker im Main-Event, das reicht mir schon. Ach so, ja, Tatsache. Kannst du ihn überhaupt mit der Nase? Also für alle, die das jetzt hören, ne, wir nehmen vor dem realen SummerSlam auf. Ja, was kenn ich, was? Was ist der hier mit seiner Nase? Wie will er ihn so catchen? Bestimmt so eine hässliche Maske auf oder so. Richtig schlimm ist die Card vom SummerSlam. Ja, kennst du die? Ja. Gut. Heute Morgen beim Aufstehen war die... Zum Aufwachen erst mal SummerSlam-Card gelesen. Neville und Steve Emmel, wer Steve Emmel nicht kennt von der Serie Arrow, ist das der Hauptdarsteller. Ah, ja. Ja. Gegen King Barrett und Stardust. Oh, 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 oh. Diva's Triple Threat Elimination Match. Möchte ich auch nicht drüber reden. Oh, das ist wahrscheinlich das beste Match. Das ist definitiv nicht. Dann Vettel 4-Way. Prime Time Players, wo die auch immer wieder herkommen. Los Matadores, Lucha Dragons und The New Day. Dreimal Schrott und Lucha Dragons. Schon wieder 4-Way? Ja, ja, schon wieder 4-Way. Das haben die doch gefühlte Ball wieder seit einem halben Jahr. Richtig schlimm wird es dann beim Intercontinental-Match. Ryback verteidigt gegen Big Show und The Miss. Oh, das ist ja ein Klassiker. Und Tag Team Match Bray Wyatt und Luke Harper gegen Dean Ambrose und Roman Reigns. Aha, Shield. Gut. Hatten wir ja nicht erst mal vor dem Jahr. Und dann Yassina gegen Dingel, steht auch nicht auf der Karte, sehe ich hier gerade. Und natürlich Lesnar gegen den Undertaker. Ja gut, muss ich nicht gucken. Nee, ich auch nicht. Kann ich schlafen am Sonntag. Ich werde Sonntag eh so fertig sein von Samstag, von der Einweihungsparty. Kann ich einfach schlafen. So sieht es wohl aus, ey. Ich finde es super. Ich schalte wieder auf den Bildschirm hier, um zu gucken. Also hier wieder in Skype rein, um zu sehen, was so passiert. Zina hat Cabana völlig im Griff. Ah, Quatsch. Ja, ich meine, du hast es... Guck mal, da, jetzt guckst du wieder zu und schon ist Cabana wieder on the row. Ja, sehe ich. Bam. Scheiße. Das ist ungefähr so on the row wie Funk is on the row. Ja, ja. Gar nicht. Boah, habe ich Bock auf einen Pfeifnackel geschuffelt, ne? Cabana darf dieses Match nicht verlieren. Oh Gott. Ja, sag ich doch. Zina, du musst das gewinnen. Du musst das gewinnen. Ich meine, ich hätte es geil gefunden, wenn man das so machen könnte, wenn Zina sich mal einen Fingerpoke auf Doom hingelegt hätte. Hab ich gesagt hätte, Cabana, ich gebe dir die Chance, die du verdienst. What the fuck? Spike, wie hieß der früher? Spike. Dudley Dog, ja. Der Dudley Dog, den habe ich noch nie gesehen hier. Oh Gott, ey. Nice, Cabana. Oh. Er hat seinen Double Running Knee Strike, du bist nicht bad bei uns. Ja, ja, ja. Oh, was denn die DT. Und jetzt Pfeifnackel geschuffelt. Nein. Ja. Wie er magt. Alter, was ein Opfer. Ich freu es. Ich freu mich einfach, wenn Cabana auf die Fressen... Ich freu es sich über Zina, ey. Cabana ist halt einfach... Sina, das kannst du doch deinem alten Freund nicht antun. Kann er schon? Nein, das darf nicht sein. Ich meine, das ist doch eh scheißegal. Ich meine, Cabana kickt auch aus 5F-Views aus. So ist es. Ja, ist so. Ja. Oh, Belly-to-Belly-Slam. Es wird alles so kommen, wie Punk sich das gewünscht hat. Bitte nicht. Oh doch. Oh doch. Cabana wird die persönliche Schlampe von CM Punk. Guck dir das an, wie Zina den Mann fertig macht. Bis 3, komm. Ah, Cabana, gib doch einfach schon mal auf. Ja, und nochmal. Na, Mann, Cabana, jetzt reißt dich mal zusammen. Gut, der Mann hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung von den 1000 Tombstones, aber... Ja, Zina geht weiter nach dem Kopf. Was ist das denn, Zina? Bist du schon am... Zina. Oh, was ein Nies. Zina ist am Heulen. Ja, genau. Weil die Nase wahrscheinlich nicht durch ist. Von dem Knee-Strike gerade. Ja. Sehr geil, ne? Ein Nasenbruch wird sofort vermarktet und ein Shirt verkauft. Wieso? Ja. Nachdem Tyler Black ihm die Nase geboren hat, haben sie sofort ein Tyler Black Nasenbruch-Shirt gemacht, um quasi die Zina-Hater... Oh. Eine Möglichkeit für ein Shirt zu kriegen. Das erinnert mit den ganzen DDTs. Das erinnert mich gerade an das Bret Hart gegen John... Oh, oh, was ist das denn? No, genau. Erinnert mich gerade an das Bret Hart gegen John Cena-Match damals. Ja. Von Cage, war es Cage of Death? Nee. Oder war es Tournament of Death? Ich weiß es nicht. Ja, ja, Tournament of Death, glaube ich. Ja. Äh, wo die beiden, ne? Wo... Another Neckbreaker. Oh, FU. Nee. FU und Feierabend. Doch? Nee. Doch? Nee. Doch. Ja! Ja! Gebeinerster Gott! Und dann ist Zina, der Gott von allen auskontert. Ach, Quatsch. Und? DDT? Nee. Och, fast eins. Oh, na klar. Cover. One. Two. Ah, ja, ja, ja. Also nach dem FU wäre schon so Feierabend. Gefließen. Nee, nie immer. Alter, das hast du dann am Tumster. Das ist es. Das ist es. Das ist am Zweiten. Ja, aber wie viel Dacke Benner denn, äh, ist keine Woche her, wie viel Dacke Benner eingesteckt? Ja, das stimmt natürlich. Boah, jetzt kommt er hier nochmal. Aber da buhen die Zuschauer. Buuuu. Ja, aber buhen sie schon. Buuuu. Buuuu. Ich würde ja lachen, wenn Kebenner jetzt in der FU einfach klaut. Das wird er aber nicht schaffen. Was wird das hier, Ballsina? Leistung. Bei WWE wird strikt nach Leistungsprinzip aufgestellt. Meinst du? Ja. Hallo? Und jetzt. Bam, was ein Standing Dropkick. Schön, Kepaner. Guck mal. Der hat auch geblutet damals so, als er von Brock Lesnar getötet wurde. Und dann hat er am Ende trotzdem gewonnen. Hat er nicht aufgeblutet, als er Punk geschlagen hat? Ich meine. Oh mein Gott. Backdrop-Treiber! Ja, der Kepaner, der stachelt den halt an, wenn er blutet. Ja, da wollte er schon wieder einen Bitch-Lap auspacken, die Fotze. Oh, ZEK! Jawohl, Dragonscrew! Zina! Zina kommt so langsam gar nicht, Mensch. Bei Zweitstäben sind seine Konter ausgegangen. Ja, nee, ist klar. Zina, komm jetzt. Oh, oh. Nein! Chickenwing. Zina, komm schon. Ich will den Five Knuckle geschuffelt sehen. Jawohl! Oh, nee. Der Mann hört mich. Der Mann hört mich. Mein Mann John Zina. Oh, je. Und bam! Ins Gesicht. Und jetzt FU. Ah, nee, komm, ist Feierabend. Ist die Demütigung. Mit dem Five Knuckle-Schuffle. Ja! Wichtig, Caberna, wichtig. Jetzt power dich nochmal hoch. Nee, jetzt kommt FU, denn das Feierabend. Nein! Komm, du kannst den Kontern. Du kannst den Kontern. Der Mann ist am Ende. Der Mann ist am Ende, FU. Nein. Und zina mit dem Comeback, ja. Echt jetzt? Also, er hebt ihn auf. Der hat nochmal Bock. Der hat nochmal Bock. Ja! Ja! Das ist seine Niederlage, Mann! Das darf doch wohl nicht kommen. Das ist seine Niederlage. Und Luv Tespress. Und Cover nachher Luv Tespress. Ja, so siehst du aus. Ja, so siehst du aus, Sina. Komm, Caberna. Sina macht nicht Finish. Ich weiß nicht, was Punk ihm gezahlt hat. Wie war es Punk ihm gezahlt? Punk durfte sich den Gegner doch aussuchen, habe ich gesagt. Und wenn ich sage, der Tesp... Ja, eben hat ihm dann bezahlt, dass er das dann umbringt. Nein, nein, nein. Gott sei Dank, Robert. Das dann umbringt, weißt du? So, ja, das kann gut sein. Punk hat sehr viel Geld. Er kriegt nämlich doppelt so viel wie alle anderen im Roster. Er zieht hier auch doppelt so viel Views wie alle anderen im Roster. Ja, ja, ja. Komm schon. Komm, Caberna, bitte. Mann, das Match müsste in der Theorie... Yes! In der Theorie schon längst durch sein. Und das ist Sinas Fehler. Das kostet ihm am Ende den Sieg. Oh, und wieder Luv Tespress. Stop it. Siehste, Caberna hat Angst. Stop it. Stop it, Sina. Please, stop it. Aber Sina hat noch nicht genug. Er will beweisen, dass dieser scheiß Comedy-Catcher zu Recht die Schlampe von CM Punk wird. Und ich hab Schluck auf. Scheiße. Ist in der Aufnahme nie gut. Darf ich eigentlich Schlampe sagen? Oder wird das rausgepiept? Das wird natürlich gepiept. Komm, Caberna, das ist die Chance. Billy's Goat Curse und dann ist es vorbei. Jawohl. Komm, Sina, mach Feierabend. Jawohl. Macht nicht Feierabend. Doch, Belly to Belly. Ich glaub, der macht nicht Feierabend. Der will einfach nur zeigen, er könnte Caberna schlagen, aber er will natürlich nicht, dass CM Punk weiter Herrscher ist. Deswegen lässt der Caberna jetzt gleich gewinnen. Das ist gut. Selber? Nee. Nee, es ist logisch. Weil du weil den Aufgehobenen namen F.U. Ja, das ist logisch. Und wieder dieser Neckbreaker. Nee, nee, das macht schon Sinn. Das ist alles völlig... Schau, das Rope Break. Das macht Sina schon clever. Er zeigt Caberna nur, in einem fairen Kampf könnte ich dich besiegen. Aber heute will ich nicht... Heute... Nicht. Der Kampf ist doch fair. One on one. Hat irgendeinen eingegriffen? Nein. Ist ein fairer Kampf. Oh, Sina hat übelst blutige Hände. Aber... Er kann beinahe am Bluten. Ist wie so ein abgestochenes Schwein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sina! Sina, du bist... Und jetzt leg dich hin, Sina. Komm. Leg dich einfach hin. Der Taktik geht auf. Ist okay. Jeder glaubt's euch jetzt. Ja! Ja! Jawohl. Jetzt... Jetzt bleib liegen. Das wär... Das realistischste, was geht, Sina. Jetzt bleibst du einfach liegen. Jetzt bleibst du einfach liegen. One. Two. No way. Was? 2,9. Sina kickt aus. Hä? Das... Nee, nee. Doch, doch. Doch, doch. Nein! F you nochmal! Nein! Ins Cover. Jawohl. Ins Cover. Ins Cover. One. Two. Jawohl! Punk hat ne Bitch! Punk hat ne Bitch! Punk hat ne Bitch! Ja! 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 Punk hat sei ne Bitch! Punk hat sei ne Bitch! Call it is ne Bitch! Oh, we saw it in that match. Let's play some of the highlights, Matt. Oh, my God. Oh, my God. Boah, nee, ey. Und da ist er nochmal indirekt ins Cover rein. Zack, gesprungen. Das Bein angewinkelt. Boah, nee, ey. Boah, Sina, was hat dir Punk gezahlt, dass du deinen Freund so verraten musstest? laid's? Ciao! Ist das traurig. Ist das traurig. Na, oh, oh! Oh, ist das traurig. Ist das großartig. Ne. Bitte nicht. Drei Monate. Sie, Cabana ist jetzt drei Monate raus. Oh, Tim, ey. Wieso raus? Er wird schon noch Matches haben. Ja, aber... Mann, das ist der World-Title, der Junge. Ist er nicht? Hat er gegen den Undertaker bewiesen, dass er es nicht ist? Hat er jetzt gegen Cena bewiesen, dass er es nicht ist? Mann. Eines Tages, schwöre ich dir. Ja, meine lieben Freunde, das ist natürlich traurig, aber jetzt muss auch erst mal Punk gegen den Undertaker verteidigen, mein Lieber. Und das sehen wir dann morgen.